Die Kriffen zu den Waffen in jenen Tagen unterschlugen einander aus nichtigem Grund, denn sie waren jähzornig geworden. Und Sauron oder jene, die ja an sich gebunden, gingen im Land um und hetzten Mann gegen Mann auf, so dass das Volk gegen den König und gegen die Edlen murrte und gegen jeden, der etwas besaß, das es nicht besaß. Und die Mächtigen übten grausame Rache. Dennoch schien es den Numenorern lange Zeit, dass sie wohlgediehen. Und wenn sie schon nicht glücklicher wurden, so wurden sie doch noch stärker und ihre Reichen wurden immer reicher. Denn mit Saurons Rat und Hilfe mehrten sie ihren Besitz und sie bauten Maschinen und immer größere Schiffe. Und nach Mittelerde fuhren sie nun nur noch gewacknet und gepanzert. Und sie kamen nicht mehr mit Geschenken, sondern mit blutigem Krieg. Sie machten Jagd auf die Menschen von Mittelerde, nahmen ihnen ihre Habe und versklavten sie. Und viele schlachteten sie grausam auf ihren Altären. Denn auch in ihren Festungen bauten sie zu jener Zeit Tempel und große Grabmäler. Und die Menschen fürchteten sich vor ihnen. Und das Andenken der freundlichen Könige der alten Zeit verschwand aus der Welt und wurde von manch einer Gräuelgeschichte verdunkelt.